Immer wieder betonen wir, dass die Farbwahl des Sonnensegels eine ganz persönliche Entscheidung ist. Allerdings raten wir unseren Kunden von einem roten Segeltuch eher ab. In diesem Video verraten wir Ihnen auch warum. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Im Vergleich zu anderen Sonnensegelfarben bleichen rote Stoffe tendenziell schneller aus. Selbst hochwertige Qualitätsstoffe sind hierbei keine Lösung. Der Grund dafür, dass die Farbe Rot im Outdoor-Bereich schneller ausbleicht als andere Farben, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie Farbpigmente auf Sonnenlicht, insbesondere auf UV-Strahlung reagieren. Rotpigmente sind besonders anfällig für photochemischen Abbau, was bedeutet, dass Sie unter Einwirkung von Sonnenlicht schneller Ihre Farbe verlieren können. Einige Schlüsselfaktoren tragen dazu bei. Lichtempfindlichkeit Rote Farben nehmen Licht auf eine Art auf, die Sie besonders anfällig für Schäden durch Sonnenlicht macht. Das UV-Licht der Sonne kann die Farbstoffe aufbrechen und sie verblassen lassen. Chemische Zusammensetzung Die Art, wie rote Farbstoffe chemisch aufgebaut sind, macht sie weniger widerstandsfähig gegen Sonnenlicht. Sie zersetzen sich schneller und verlieren ihre leuchtende Farbe. Farbstoffqualität Nicht alle roten Farben sind gleich. Einige sind von Natur aus weniger beständig gegen Sonnenlicht und verblassen daher schneller. Um das Ausbleichen zu minimieren, werden oft Stabilisatoren oder UV-Blocker zu den Materialien hinzugefügt, aber diese können nur bis zu einem gewissen Grad schützen. Qualität hilft sehr häufig, aber auch nur in einem bestimmten Rahmen. Ein kleiner Erfahrungsbericht Erst kürzlich hatten wir eine Anfrage eines Kunden, ob wir sein rotes Sonnensegel, neun Jahre alt, ersetzen können. Dieses war in die Jahre gekommen, aber in der Farbe nicht beeinträchtigt. Fazit Allgemein bleibt das schnelle Ausbleichen von Rot und anderen hellen Farben im Vergleich zu dunkleren Tönen Eine Herausforderung in der Entwicklung von Outdoor-Produkten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie doch einen Daumen nach oben. Und falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.